Willkommen, willkommen zurück, zurück hier beim Herrn Lück und bei Age of Empires 3. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht ein wenig mal vorausschauend denken. Und jetzt diesen Wachposten würde ich jetzt gerne mal zerstören. Ich weiß halt nicht, ob es was bringt, aber probieren muss ich es, weil ich muss 10.000 Erfahrungen sammeln. Das kann ich nur, indem ich die hier ein bisschen blatt mache. Wieso kommt ihr eigentlich nicht mit, Jungs? Kommt, macht doch mal hin. Ihr habt auch noch was zu sagen hier. Kommt, kommt, kommt. Ich habe noch hier eine Möglichkeit der Goldlieferung. Nee, Holz, wir nehmen Holz. Holz, Holz ist immer gut. Oh, würdet ihr erstmal diese hier blatt machen? Und dann müsste ich vielleicht nochmal ein paar Kommandschen dazuholen. Okay. So, hier. Wir müssen Erfahrung sammeln. Erfahrung, Erfahrung. Das müsste ich doch schon gesagt haben. Ah, wir können Handelsposten hier erstellen. Da oben, da kriegt man nämlich auch Erfahrung. Das ist eine gute Idee. Kommt. Macht ihm blatt. Was ist mit dem? Der Turm, da braucht er auch nicht mehr für. Dann machen wir schnell den Turm noch. Ah, Mist. So, das sieht nämlich gut aus. Der heilige Hügel wurde gesäubert. Eins. Zwei. Okay. Haben wir hier noch zwei? Könnt ihr die mal platt machen oder was? Diesen Vogel hier. So. Okay, der heilige Hügel ist schon mal so weit ganz gut. Oh, hier unten habe ich auch noch eine Armee. Kommt mal mit. Nee, halt. Ihr bleibt hier. Ihr könnt hier alle holzhacken. Kommt. Auftrag. Und ihr kommt mit hoch. Ihr kommt hier hin. So, und jetzt muss ich eigentlich... Warte mal. Wenn ich mit dem... Wenn ich mit dem... Hier die Strecke lang gehe. Hier müsste es doch irgendwo einen Handelsposten geben, den ich besetzen kann, damit ich Erfahrung bekomme, wenn der... Ah, guck mal hier. Ach du Schande. Okay, von dort kommen sie. Ich muss bloß diese Strecke hier lang gehen. Was bist du denn? Da kommt nämlich die Strecke lang. Komm, komm, komm. Wir gehen hier lang. Und da hinten, das könnten wir ja dann später noch platt machen. Wo ist denn hier der Scheiß-Handelsposten? Haha, genau. Den machen wir Platz, schnell. Mach den Platz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Das wird so nix. Oh Gott, scheiße. Jetzt bin ich ganz platt, oder was? Oh Gott. Okay. Dann müssen wir halt nochmal hierher. Kommt hier ein Handelsposten hin? Nee. Das ist nämlich das, was ich will. Diesen Handelsposten will ich haben. Ihr seid meine Nummer eins. Kommt. Kommt, ihr Vögel. Schneller, schneller. Mach sie blatt. Und ich versuche hier unten. Okay, das machen wir so. Ich muss halt irgendwie... ...die ich noch nicht so richtig dahinter gewinnt. So, hab ich denn hier noch ein paar... ...Nakotas? Oh, ich brauch Futter. Scheiße. Oh, ich brauch Futter. Okay, wo sind meine Leute alle? Was machen die denn? Holz sammeln? Nee, ihr kennt hier. Holzhammer. Brauchen wir jetzt nicht. So, kommt her. Ich muss diesen... Ich muss diesen Dings machen. Kommt her. So. Schuss. Und? Macht sie alle blatt. Macht sie blatt. Den hier, blatt machen. Komm, komm, komm. Oh nein, wo kommt denn die alle her? Das ist doch scheiße. Ich bin bereit. Okay. Schuss. Genau. So, macht sie blatt. Oh, da kommen so viele. Ich bräuchte, glaube ich, Kanonen. Mit Kanonen kann man vieles belohnen. Sag ich mal. Okay, alles klar. Also. Du, meine Gute. Du baust mir jetzt eine Geschützgiezerei. Und zwar genau da hin. Und jetzt ist Ruhe im Karton. Und ich habe nichts mehr an Gegenwehr. Schuss. Na komm, komm. Komm, komm. Was bist du denn noch für einer? Oh, Kreta. Komm mit. Wo kommst du denn her? Ich brauche noch so viel Erfahrung, ey. Echt. Was kann denn Kreta eigentlich? Die kann gar nichts. Wir bleiben erstmal dort stehen. Du. Schuss. Ich gehe jetzt. Genau. Jetzt kommst du hierher. Komm. Nicht sterben. Und Kenny. Könnte auch noch nichts machen. Und da kommt immer mehr von dieser scheiß Knochen-Scheiße. Das passt mir gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wer bist du denn? Okay. Was kann ich machen? Ich brauche jetzt Gold und... Holz brauche ich gar nicht. Ich brauche Fleisch. Und dann brauche ich Gold. Und dann kann ich die nämlich platt machen. Mach doch mal hier. Schieß den doch mal. Genau. Jetzt die. Das wäre mit... Ich sehe das schon, dass das in dieser Mission ja auch nicht klappt. Okay, alles klar. Also, ich habe eine Idee. Wir machen das jetzt wirklich knallhart. Und zwar werden wir jetzt in das dritte Zeitalter aufsteigen. Und lassen uns noch ein paar Leutchen zuschicken. Wir brauchen die Erfahrung. Ich verstehe das. Ich brauche dann Gold. Da ist schon wieder was gekommen. Was ist das? Eine Nahrungskiste. Das ist okay. Oh, scheiß ein Dreck. Hier, Jungs. Ihr müsst euch aber hier verteidigen. Es darf keiner sterben. Und ich will diesen scheiß Handelsposten. Und den da drüben müsste ich eigentlich mir auch machen. Aber im Moment sieht das echt so aus, als wenn ich ein Problem hätte. Komm, einen können wir noch bauen. Den machen wir dorthin. So, wie lange dauert das jetzt zu dem Zeitalter? Okay, ich kann mir noch was schicken lassen. Die Knochengarde greift einen der Stämme an. Haltet sie auf! Okay, aber wie? Aber wie? Indem ich... Einer der Häuptlinge wurde getötet. Oh, scheiße. Sie müssen uns beeilen. Ich verstehe. Ich verstehe das ja. Aber was nützt mir denn das? Was nützt mir denn das? Oh, ich brauche Holz. Holz, Holz, Holz. Jungs, ihr müsst auf Holz gehen. Wo seid denn ihr alle? Holz, 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 Holz. Kommt mal her. Tschack! So. Man kann nicht die Geschütze bauen. Ohne Geschütze bin ich doch ein bisschen aufgeschmissen. Scheiß Knochengarde. Einer ist tot. Scheiße. Einer ist tot. Das ist Mist. Aber wir werden uns gleich zu helfen wissen, denke ich mal. Wir werden das nicht zulassen. Ich brauche schon mehr Holz. So, jetzt sind wir erst mal... Wir gehen mal da hin. Ne, du nicht. Du bleibst hier. So. Und du? Baust mir jetzt. Ich brauche Holz, Jungs. Holz, Holz, Holz. Ja, Holz. Holz, Holz, Holz. Und die stellen wir da hin. Und zwar... Eine... Macht hin. Scheiße, wo habe ich denn hier Gold eigentlich? Ach, da ist Gold. Okay, alles klar. Eine Kanone ist nicht besonders ausreichend, ne? Würde ich mal sagen. Das ist nicht viel. Am Moment greift mich ja keiner an. Ich könnte aber mal... ... mit diesen Halunken hier... ... da hingehen. Ich brauche halt noch irgendwie... Ach, das ist halt doof. Gut, macht Holz, macht Holz. Und du machst Gold? Wie viel hast du noch? Oh. Okay, gar nichts mehr. Ja, ist ja auch super. Das reicht aber, um noch eine Kanone zu bauen. Dann kommen nämlich gleich zwei heraus. Das ist ja auch nicht verkehrt. So. Wir haben denen jetzt geholfen. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt werden wir versuchen, diesen Handelsposten zu übernehmen. Und dafür brauche ich im Prinzip auch Holz. Vielleicht merken die das gar nicht... ... und ich nehme den dann einfach ein. So. Wie viele Kanonen kann ich noch bauen? Gar keine. Ich habe kein Gold. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Scheiße. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Warte mal. Schießen. Das ist doch schon scheiße. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Kommt. Kommt. Kommt weg. Kommt weg. Lockt sie in eine Falle. So. Hier können wir keinen mehr bauen. Wie sieht es hier aus? Hier können wir noch... Die Knochen-Garde greift einen der Stämme an. Halt sie auf! Oh, den da unten? Na gut, okay. Das ist mir jetzt egal. Wir, 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 äh... Wir werden das schon schaffen. Wir werden das schon schaffen. So, okay. Wir schaffen das. Ich weiß das. Wir schaffen das. Ich habe zwar keine Kohle mehr, aber... Äh, ist egal. So, pass auf. Was wäre denn... ... wenn wir einfach... ... ein bisschen Ballett machen hier? Geht mal da hin. Klär das mal. Machen wir da direkt zwei Kanonen. Die lassen wir uns doch direkt holen. Das wäre doch was. Kommt mal. Kommt mal. Wie viel brauchen wir hier? Oh, Holz, Holz, Holz. Eins, zwei, drei... So, und dann habe ich wieder Kins. Klasse. So, komm. Hier ist vielleicht einer tot, aber im Endeffekt... So, kriege ich jetzt noch die zwei Kanonen. Die müssten doch jetzt gleich kommen. Aha, das sind die Reiter. Das ist okay. Damit kann ich leben. Aber ihr kommt mit. Und wir überlegen uns mal, wie wir das... Die zwei Kanonen nehmen wir noch dazu. Und jetzt könnten wir eigentlich drei Kanonen bauen. Wenn ich aber genug... Ihr könnt auch hier schon mal das... Das... Das nehmen. Und ihr... Ihr geht mal da hin, schnell. Los. Und wir versuchen jetzt mal... Das machen wir alle zusammen. Kommt mit. Wir versuchen jetzt, die Vögel da... Ein bisschen Platz zu machen, sodass wir diesen Außenposten bekommen. Ich weiß zwar nicht, was der kostet. Das ist mir jetzt aber egal. Holz kann ich mir dann noch liefern lassen. So, erstmal da drauf. Dass wir hier Erfahrung bekommen. Immer wenn der Zug vorbeikommt. Los. Gib Gas. So. Und dann... Können wir nämlich... Wo ist denn der Meister? Ich bin bereit. Ah, hier. Bau doch mal ein. Kommt, mache hin. Und ihr macht die Blatt. So. Läuft das. Ich wollte es mal so sagen. Okay. Und wir nehmen einfach nur die Erfahrung mit. Dort kommen schon wieder welche. Wie viele... Wie viele sind tot? Einer. Okay. Ich brauche noch eine Falconite. So. Okay. Und jetzt kriegen wir hier nämlich Erfahrung. Immer unter drei. Und jetzt gehen wir einfach mal ein Stück weiter. Halt. Ich müsste hier noch... Diesen... Mich mit ihm verbünden. Da brauche ich Holz. Ah, zum Kotzen. Geht nochmal... Geht nochmal hier an den Baum. Kommt. Schnell, schnell, schnell. Davon habe ich jetzt genug. So. Macht hin. Wie viel brauche ich denn? Für so einen Handelsposten. Wo ist denn mein... Wo ist denn der Freund? Hier ist er. Wie viel brauche ich da? 250. Okay. Das müsste relativ fix gehen. Kommt. Kommt, Jungs. Gebt Gas. 10.000 Erfahrungen. Ja, das müsste doch klappen. Das wäre doch gelacht. Da habe ich doch hier unten noch... 250. Kommt, das machen wir noch schnell. Und dann steigen wir aus. Wir steigen hier aus. Würde ich sagen. Die Zeit ist um. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.